Da ist nichts. Hier ist nichts. Offensichtlich. Da ist dunkel. Was ist dunkel? Also auf dem Bildschirm ist gerade nichts wirklich zu sehen. Sag was dann? Halt, hier ist ne Arsch-Exe. Oh, ich muss mal nach unten. Ist was da oben? Zwei Hände nach. Zwei Hände nach. Wollen wir für dich noch ein Zwei Hände nach? Da ist, soweit ich jetzt sehen kann, noch nichts. Das ist noch keine Monster. Das ist ein Mino. Da ist ne Tür, die zu ist. Das ist M6, glaube ich. Mach die mal auf. Boah. Na gut. Ja, das weiß ich da links. Also ich seh da, ich weiß nicht, was das hier für ein Raum ist. Aber da hinten irgendwo in der Nähe seh ich was. Aber... Da ist jetzt bis, dass ich auf der anderen Seite was. Ja, da ist was. Ein Borg. Springen wir beide? Ich hole. Zack. Und... Soll ich hier was? Ich hab jetzt eh Sackgasse. Okay. Okay. Ich nehm's. Okay. Ja. Genau, richtig. Einen Platz hab ich dann noch. Einen Platz hab ich dann noch. Da sehe ich jetzt erstmal nichts. Aber da ist ein Gang hinten drunter. Aber da ist gerade auch nichts zu sehen. Geil. Dann los. Erstmal zum Schiff bringen. Ja. Gucken was die Uhrzeit sagt. Das ist Nebel. Sprichst du mit ihm? Nee. Höp. So. Raus. 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 Ja. Oh Gott. Coilhead. Was machen wir? Coilhead. Müssen wir da durch? Müssen wir da durch? Okay. Also theoretisch müsstet ihr da... Nee, da muss man durch. Raus zu kommen. Ich hab nur den Blick. Ich hab nur den Blick. Wo müssen wir lang? Hier daneben? Links. Links lang. Ich hab ihn. Happen, Happen. Ich hab ihn. Oh oh oh. Das ist eigentlich der Weg. Scheiße. Hinter dem Monster war der Weg. Kacke. Okay. Guck mal kurz weg. Nein, wir kommen vorbei. Nein, wir kommen vorbei. Okay. Happen, Happen. Happen. Ball den Blick kurz? Ball den Blick kurz? Ja. Ja. Da hinten ist ein Yippie. Ich hab ihn. Geh. Ich kann dann irgendwann die M6 zumachen. Warte mal. Kannst? Nicht die Richtung. Da wo Mel ist. Da lang in die Richtung. Da muss ich lang. Dann aufpassen. Die M6 Tür. Kann ich den hinter euch zumachen. Hast du ihn im Blick? Ja. Ja, ich hab meinen Blick. Geh nach rechts. Okay. 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 Komm. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja. Okay. Und zu. Okay, komm. Gut. Und weiter. Und weiter. Turette. Hier lang. Hier. Wir müssen ja wieder irgendwie in den Ausgang kommen. Aber noch ist er nicht auf meinen Fersen. Alles gut. Ausgang. 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 Um Gottes Willen. Okay. Wir kommen nie mehr wieder. Wegen dem Coilhead. Wegen dem Coilhead. Gott. Hast du dich nicht letztens noch beschwert? Dass die nie kommen? Warte. Warte. Ruhe. Ja. Okay. Wie ein Coilhead kommt. Hehehe. Dass wir noch nie einen hatten. Nur mal schnell abfahren. Und dann hast du zwei Hände in der Hand und dann kommt so ein kack Käfer. 312. Aber 300. Wahrscheinlich haben wir mehr noch. Dann musst du dir erstmal die Base droppen. 316 habe ich. Also ein bisschen müssen wir auf jeden Fall noch. 318. Wer hat mehr? 342 sehe ich. Hehehe. Heut bleib ich hier. Heut bleib ich hier. Äh. Wir können ja so ein paar Steffen hier lassen und wir zwei Schisser gehen. Aber was war das, äh, was war das vorhin? War das so ein Ding, von der auf den Kopf droppte bei dir Steffen? Äh, das war so ein Wurm. Okay. Deswegen sagte ich ja, da hat man zwei Hände in der Hand und dann kommt ein Wurm. Warte, ich dachte das wäre ein Bracken, weißt du. Ich auch erst. Ja. Weil es halt so dunkel war, habe ich das nicht gesehen gleich. Und ich dachte schon, du bist verloren. Warte, wie war das? Irgendwann nur Monitor? Nein. View Monitor? Gut. Nur als Info, ich, äh, monitore Steffen. Und ich sehe bei euch nichts. Ein großes, rundes Nichts und ne Sackgasse. Überall nichts, alles leer. Sackgasse. Ich kann es ja hier auch draus behalten. Ich kann es ja hier auch draus behalten. Da sehe ich was hinter. Was ist das? Ist das E6? Ist das E6? J6. 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 Könnte ein Yippie sein. Weil es ein kleiner Punkt. Seht ihr es? Hört ihr es? Spider, Spider. Unangenehm. Ähm, zackgasse ich hier. Ja. Ich habe die Tür mal zugemacht. Aber die sitzt jetzt in der Ecke im Zweifel. Wenn ihr raus wollt. Soll ich euch aufmachen? Das ist der einzige Weg raus, ja. Nee. Ähm, sie ist wieder on the run. Sie kommt zu euch. Nein, sie geht wieder rum. Jetzt schnell. Nein, doch nicht. Die ist unschlüssig. Jetzt kommt sie zu euch. Äh. Äh. Gammare, gammare. Ihr seid die besten Insekten. Ihr seid die besten Insekten, fand ich da wo gibt. Dann kommt erst mal raus. Geradezu. Geradezu. Rechts. Links. Links. Rechts. Ja, genau. Jetzt sehe ich wieder den Flur. Rechts. Rechts. Zurück. Dirk ist schon raus. Ja. Das ist ein Zeug. Hier. 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 Diese climbology. Auch einschlagen. Ja. Ich hab dreimal, hab ichs erwischt. Ich hab hier gerade irgendwas gehört, aber nichts auf dem Monitor gesehen. riflemen. Ich könnte auch ambient gewesen sein. Seid dann wieder geheilt. Wir haben es 2pm. Also gleich einmal durch den Fireexit. Ja komm. Okay, ich bin dann wieder auf Steffen. Man könnte fast denken, das ist eine Obsession, wenn du mal auf Steffen bist. Vielleicht ist es Bevorzugung, wer weiß. Ja, genau geradezu in dem Raum sehe ich schon was. Zwei Sachen. Einmal direkt, wenn ihr reinkommt, genau, und einmal auf der gegenüberliegenden Seite quasi. Jetzt kommt ihr dran. Gut. So zwei händige Sachen. Ja, mehr sehe ich gerade nicht. Auf Anhieb. Sonst bringt das erstmal. Da ist ein Sprung. Da ist kein Sprung, okay. Passt auf, da sehe ich einen roten Punkt im Flur in der Nähe. Oder bringt das erstmal zurück. Wir müssen aber morgen abgeben. Da sehe ich noch was liegen, wenn ihr nach rechts geht. Sauber. Sonst ist da nichts weiter. Bei mir sieht es gut aus. Bei mir sieht es noch safe aus. Und da sind sie auch schon. Omi, deto, wo sei mas? Omi, deto, wo sei mas? Ja. Das ist deine Masse, wer ist denn was denn? Masse. Ich muss mal kurz wohin. Er muss kacken. Kriege ich schon mit Salja. Ja. Wir müssen ja eh jetzt abgeben, ne? Kann sein. Na, Deadline, ein Tag. Du musst jetzt dann auf Null springen. Ja. Du bist lazy. Gar nicht mehr. Oder 40 von 249 ist okay. Ich habe euch angeleitet. Sehr gut, wie ich finde. Na denn. Was musste ich dafür eingeben? The Company, ne? Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. The Company. Ich habe meine Tastatur angestellt. Aus Versehen. Ich habe mich beim letzten Mal schon geschafft. Ab zur Kampagne. Kampagne. Das schaffen wir auch ohne ihn. Gott sei Dank. Kannst du das sehen? Siehst du das bei mir? Siehst du das? Siehst du das? Siehst du das? Du hältst es sehr komisch, aber sonst... Ist das sehr komisch, aber sonst... Ist das ein starken Finger? Ich habe einen starken Finger. Ist das denn nun? Landen wir jetzt oder nicht? Ich habe zumindest... Zumindest? Vielleicht soll ich noch starken... Vielleicht soll ich noch starken machen. Landship. Handswold. Handswold. No. 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 Ich habe das doch noch nie gemacht. Ich bin kein Käpt'n. Ja, Käpt'n mein Käpt'n. Käpt'n, Käpt'n. Ich bin doch nur die Aushilfskraft. Wer willst du schon mal? Genau. Wer willst du schon mal? Genau. Nein, ich will. Den da. Den da. Geht nicht. Ist offen. Ne, ich glaube, sie ist offen. Ne, sie ist aufgegangen. Der ist sauer. Sauer. Ähm. Sag mal. Sag mal. Es liegt mein Scheiß hier. Ich bin mein Scheiß hier. Herzlichen Glühstrom. Kack dir ins Gesicht. Erstmal dann wieder verkaufen. Ob wir was noch aufheben können. Und wir noch aufheben können. Mann, ich bin gute Musik. Ja, das ist gute Musik. Du kannst mir nicht die gute Laune nehmen. Na ernehmt. Hahaha. schemeh Nicht genug. Wir brauchen noch 5. Aua, au. 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 Ich hab hier noch 5! 5 wert! Komm jetzt mal! Aua! Nicht! Ich hab ein Schild dabei! Lass mich das ablegen vorher! Bitte! Bitte! Warte! 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 Ganz kurz! Jetzt! Wir kriegen doch trotzdem Abzug fürs Töten! Nein! Dann wird das trotzdem uns Geld weggenommen! Nein! Kann ich nicht begrabbeln! Was ist das? Warum eigentlich jetzt tot? Wir hatten doch noch genug da! Das war doch nicht notwendig! Jetzt einmal zu viel drücken! Das wäre schade! Ich hab das gemacht wenn man das so spielt Dirk! Du verstehst das nicht! Genau so spielt man das! Was ist das? Ich bin wertlos! Ich bin ungenießbar! Ich bin ungenießbar! Ich bin ungenießbar! Hey! Der hat mich gar nicht gekauft! Ich bin ungenießbar! Haben wir die Kote denn erfüllt ja? Offensichtlich! Das ist ein schöner knochiger Arsch! Das ist ein schöner knochiger Arsch! Das ist ein schöner knochiger Arsch! Oh Mann! Wir kriegen trotzdem Abzüge weil wir gestorben sind! Ach! Ist egal! Ist egal! Das ist egal! Das heißt von dem Geld was wir hatten wir jetzt gerade hier abgezogen! Ist doch egal! Voll leise! Nein! Ich kauf dir nochmal ein paar Flashlights! Ähm! Wir sind gerade im Angebot! Was geht mit dem Radio? Das schnarrt bei mir so! Bei mir nicht! Es ist aus! Ähm! Oh ja! Dirk! Nein! Nein! Damit schicken wir Dirk rein! Und dann gucken wir hierzu! Nein! Wo fliegen wir hin? Zu wow! Zu was? Dann schickt uns doch nur nur Sachen rein! So ihr geht! Ich muss Lore gucken! Ja! Ich muss Lore gucken! Glaub ich! Guck mal zum Beispiel Beastiary! Das ist ganz wichtig! Manticoids! Oh Gott! Das sind doch diese Coilheads halt! Das sind doch diese Coilheads halt, ne? Siegurts Danger Level! Cool! Cool! Müssen wir jetzt auf was warten? Ach ne, das sind Vögel! Was? Tschüss! Tschüss! Ich guck Lore, ne? Ihr schafft das schon! Aha! Ich glaub an euch! Ich klicke! Hat jemand was gekauft? Ja! Wollen wir mal schön reinholen! Ja, dann bin ich mal kurz nicht am Monitoring! Ist das gelandet? Da! Ey! Ey! Komm hier! Komm! Nimm DICH! Nimm DICH! Nimm mich! Lass DICH NEBM! SO! V интересно! Warum hast du so viele gekauft? War ein günstiger Mann geworden. Du sollst nicht alles um Dutzend kaufen, nur weil es dann billiger ist. Nein, nicht anmachen. Aus. Dann muss ich jetzt erstmal noch 10.000 Taschenlampen einsortieren. Oh, die ist an. Ist mir jetzt auch egal. Ist auch an. Das war nur das. Osphärische Beleuchtung. So, Kinders. Da ist ein großes, rundes Nichts. Da ist eine Sackgasse. Mit nichts. Glaubt mir doch einfach, statt noch extra zu gucken. So unhöflich. Ja, weiter, weiter, geradeaus, geradeaus. Im Treppenhaus liegt was, direkt rechts. Da ist, wie es aussieht, Sackgasse. Achso, Fire Exit. Ja, ist echt. Ein Fire Exit, cool. Dann bringe ich erstmal nach Hause, weil ich bin zuhause. Ja, mach das. So, bring, bring zu Hause. Ach, die muss man auch chargen. Das muss man mir doch sagen. Musik. Yay. Okay. Tschüss. 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 Und endlich was raus. Du hast mir gar nichts zu sagen. Da sind zwei Sachen und auf der anderen Seite des Flures, also wenn ihr da einmal so rumgeht im Flur, da kommt auf jeden Fall was Großes, wobei ich weiß gar nicht, ob ihr da eine Verbindung hin habt. Auf jeden Fall ist da was Großes, aber nicht in eurem Raum. Aber der offene Wend macht mir da natürlich Sorge. Ich monitore übrigens Steffen Dirk, kleb ihm am Arsch. Weil mir stampft es. Wir kommen dann nach Hause. Ja, aber wir haben hier Bäume. Also passt auf euch auf. Jetzt gerade ist um das Schiff herum nichts direkt. Ja, ja, passt geradezu. Hier ist immer noch alles ruhig. Oh. Oh, oh, oh. Versuch. Start. Mach ich doch. Hab ich doch. Äh, war das. Warte mal. Das war eine Mimik. Ich wollt grad sagen! Ähm... Alter, rannte die... Dirk? Dirk, bist du's? Gut. Ich wollte grad schon knüppeln, ey. Das war grad so, haben wir den richtigen mitgenommen? Er war gelb angezogen, also der war wie du angezogen. Ja gut, ich war ja hier an Bord. Oh, sehr unangenehm. Warum lade ich das? Ich weiß es nicht. So, ich bleib jetzt hier. Nein, nein! Ah ne. Ich bleib. Wo fliegen wir jetzt? Kannst mit mir! Ich suche einen Motor und ist einfach back hier. Ja, mach du. Äh... Gibt's ja ein paar unten, was? Gibt's ja ein paar unten, was? Wo, wo, wo müssen die hinfliegen jetzt? Das suche ich im Mond aus. Ja, das suche ich im Mond aus. Ich weiß nicht, wie das geht. Die unteren beiden oder drei sind halt kostenpflichtig, ne? Der Rest nicht. Normalerweise sind wir, sagen wir mal, bei den ersten dreien unterwegs. Da war nur einer, einer nochmal, der Experimentation. Der andere, die anderen beiden war, einer war flottig und der andere war... Die unteren drei kosten, der Rest nicht. Der Rest nicht. Der trocken, der Te dean. Der erroox. So. So, ich habe mein Schild. So tschüss, Canad. hey renn nicht weg! warte auf mich! hase! ja hase? hase? da bettet jemand um Prügel sobald ich nach hause komme jetzt rennt er einfach ohne mich vor ja gleich da rechts! ja sehr gut! und gleich was freihändiges! und ne Mino! wo bist du? nach links! ach du jetzt ne Mino? ja ok dann wenn du da durchgehst ja da ist auch was geflogen ja ein sign das nehme ich auch eben und ansonsten ist Sackgasse dort ok also ich bin voll mhm steffen ist voll da soll die niger saufen der Junge achso ich wollte grad fragen ob du es nach hause bringst oder nur raus so wenn ihr jetzt da reingeht ja da genau da steffen lass noch was bei dir also wenn ihr jetzt links rum geht ja das schilder da bei sich ja so jetzt zieht er links rum und dann gerade raus ne das ist die Verschüttung und dann durch diesen rüber geht und dann in den rüber auf und dann in den rüber auf und dann genau der in den mauen da wo ich damit das jagen da kommt ihr dann nachher gleich jetzt in den entgegen zum storageraum ich weiß nicht aber ich weiß nicht ob er es liegt ne es sieht nicht aus ne es ist nicht so das ist nicht wieder können wir ausgehen nix das ist ich habe ihn im blick hier stammt was wir haben ein Subber er soll die Schnauze halten Ja, ich bin. Ja, ich weiß nicht, wo lang. Hier lang? Ja, hier lang. Glaub ich. Sind wir irgendwo runter? Hoch? Nein. Wo muss ich lang? Ich habe den Ausgang. Ja, ich habe es gehört. Ich habe hier zwei handige Sachen. Ich bin also voll und kann nicht ans Talkie. Ich bringe die erst mal zum Schiff irgendwie. Alles klar. Das war hier lang. Hier lang. Das müsste es sein, ne? Ah, komme ich hier hoch? No. Komme ich hier hoch? Wie ein Charakter sich einfach erschreckt hat, als ich Steffen gerade rein teleportiert habe. Ah, okay, Dustin. Ich wollte gerade sagen, ich kann nämlich jetzt, also wenn da ein Coilhead ist, gehe ich da nicht rein und hole ihn. Nee, 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 nee. Darf ich mal kurz durch? Das ist sein Schild. Also, das kann er ja dann haben. Er hat ja sein Schild verloren. Das ist sein Schild. Dann gehe ich jetzt noch das, äh, wo lang war das? Oh, ich um meine Orientierung. Hier lang. Das letzte Teil holen. Das ist auch zwei Händer. Jo. Alles klar. Oh, das war nicht so klug. Egal. Wow, wow. Habe ich jetzt schon runterwerfen sollen. Ich bin so dumm. Manchmal, ne? So, ich komme dann zurück. Jo. Alles zurzeit friedlich. Ich behalte dich im Auge. Ja, dann können wir los, da? Ja, nochmal gehe ich da nicht rein mit nem Coilhead. Ja. 286. Oh, schwierig, ne? Ah, wir werden wohl gefeuert werden. Wie immer. 335. Aus dem Blickwinkel hier. Oh, scheiße. 56 wären drin gewesen. Und ich habe alle mit der Mine zusammen hochgejagt. Hast du gut gemacht. Das wussten wir aber nicht. Ach, schade. Das haben wir nicht gesehen. Aber kannst du sie damit wirklich töten? Ja. Aber die Mine habe ich nicht gesehen gehabt. Die habe ich nicht gesehen gehabt. Also es waren beide bei mir. Der Coilhead und der Kriecher. Und ich habe beide hochgejagt. Ja gut, okay. Ich dachte mir, gut, ich bin eh tot, also ab dafür. Ja. Und ich dachte mir nur so, scheiße, ich höre es stampfen und Dirk hält die Schnauze nicht. Ich höre die Schnauze nicht. Wie soll man so ausmachen, raus zu stampfen? Äh, nochmal würde ich nicht, weil flottet. Gut, das stand da nicht mit bei. Das stand da nicht mit bei. So. Alles oder nichts. Also entweder ich schaffe jetzt die Quota oder nicht. Können wir auch alle gehen. Ja. Ja. Yippiii. Ich würde sagen, wenn wir die Quota nicht schaffen, dann war's das für die Aufnahme erstmal. Für heute. Mhm. 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 Geißer Arsch. Boom, alle tot. Ha, Fire Exit. Hau ihn mal. Hau ihn mal. Der ist nicht echt. Doch, hau ihn mal. Nein. Hier oben ist Sackgasse. Hier ist auch Sackgasse. Hier ist auch Sackgasse. Ah, okay. Und nix. Hau mal den Fire Exit. Ah, dann gehen wir mal hier lang. Toll. Hier ist ein Geschenk. Habt ihr das gesehen? Nee. Hier vorne. Ähm, hier ist ein Turret. Sackgasse. Sackgasse. Ja. Ja, nice. Oh, Tourette. Da auch. Da auch. Achtung, Glück. Da. Geradeaus. Tourette. Tourette. Links. Tourette. Direkt auf die Treppe. Ja. Direkt auf die Treppe ist okay. Okay. Sackgasse. Hehehe. Ich hab's nicht viel. Ich hab's nicht viel.